Ach, ein herrlicher Tag, um einfach mal eine Tomate zu essen. Yum, 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 yum. Hallo Julian. Hallo Paul. Ich bin bereit zum Schwimmen. Können wir bitte schwimmen gehen? Ich will schwimmen. Du willst schwimmen gehen? Bacon. Ich will schwimmen. Ja, I mean... Schwimmbad! Das ist eine tolle Idee. Lass uns ins Schwimmbad gehen. Carter, wir gehen ins Schwimmbad. Du bleibst hier. Allein. Wollen Sie ins Schwimmbad gehen? Ich will nichts kaufen, danke. Sie kommen jetzt mit ins Schwimmbad. Carter, lass uns ins Schwimmbad gehen. Carter, wir respektieren keine Privatsphäre. Wir kommen einfach rein. Hallo, Carter. Ich bin bereit. Carter, du... Leute, Leute, wir sind spät dran. Es wird schon Abend. Wir müssen mal ganz kurz... Wir müssen mal ganz kurz... Ganz kurz... Warte, warte. Kein Problem, kein Problem. Es ist Tag, Freunde. Es ist Tag. Das war ein guter Schlaf. Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben. Wo ist unser Wagen hin? Ich nehme einfach den da. Wo ist unser... Ganz kurz, wo ist unser Wagen hin? Wo ist das... Wo ist das... Wo ist das... Entschuldigung? Entschuldigung? Hallo? Was ist hier noch passiert? Das fragen wir uns auch. Ja, was... Wer war das? Hast du etwas damit zu tun? Ich? Also ich... Nein. Also ich habe damit nichts zu tun. wir lassen sie mal in Ruhe wir gehen gerade ins Schwimmbad wollen sie mitkommen Julian du bist auch gerade im Survival Modus natürlich was denkst du dann ich bin immer im Survival Modus was denkst du ich kann nicht einfach so in Creative gehen das ist das echte Leben Paul man kann nicht wie in Minecraft im kreativen Modus so rumlatschen okay das ist das echte Leben okay und jetzt kommt steigt in meinen Wagen ein wir fahren jetzt zu diesem Schwimmbad ich lächle weil ich lüchte auf dem Schwimmbad da geht's nicht weiter oh Gott hat jemand gute Musik Der Marapu, der macht das Arschloch auf und zu. Fideralala, Fideralala, Fideralala. Katha, sing mit. Alalala. Okay, die Fahrt dauert zugegeben ziemlich lange. Da schwimmen wir das ein bisschen weg, aber das ist okay. Das, ich sehe, was du nicht siehst. Das ist das Baum. Oh, ja, ja, ja. Lass mich raten, der Baum da. Falsch. Das war die Laterne. Scheiße. Okay, Katha, du bist dran. Katha? Oh, Katha ist eingeschlafen. Wie süß. Okay, okay, ich bin dran, ich bin dran. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist gelb. Meine Hose. Oh Gott. Woher siehst du das? Ja. Katha, du bist dran. Mit? Ich habe geschlafen. Guten Morgen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Spielen wir. Ich sehe etwas, was du nicht spielst und das ist grau. Ähm, warte, warte, warte. Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, sag's mir nicht, sag's mir nicht, sag's mir nicht, sag's mir nicht. Okay, sag's mir. Die Laterne. Das hätte ich getippt. Oh, oh. Ich bin ein bisschen am Rand gefahren. Oh, oh. Oh nein. Julian. Oh Gott. Oh nein. Ohpala. Ja. Ich war gerade echt im Blatt. Es war nur kurz Offroad, okay. Ich habe den gar nicht bekommen. Oh. Ja, es tut mir leid, ich habe den noch nicht gemacht. Ach, das tut mir leid. Oh. In solchen Momenten frage ich mich, ob wir schon zu weit gefahren, ich glaube wir sind zu weit gefahren. Wo ist die Arbeit, wollte ich gerade sagen. Aber wir müssen ja nicht mehr arbeiten, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt Geld, wir sind rich, rich. Ja und die Katte hat sowieso noch nie gearbeitet. Katte hat noch nie gearbeitet, das stimmt. Aber ist okay, ist okay, wir sind Freunde, wir nehmen uns natürlich mit und wir lassen dich an unserem Reichtum teilhaben. Wie Freunde halt. Ah, ah, ich bin ausgestiegen. Paul, du bist nicht ausgestiegen, Paul. Lüge. Lüge. Katte, ich fahre. Ich fahre. Entschuldigung. Eben, du hast noch keinen Führerschein, deswegen fahre ich. Ah, ich bin wieder ausgestiegen. Hör auf, aus einem fahrenden Auto rauszuspringen, das ist nicht gesund. Okay, aber wo ist das Schwimmbad eigentlich? Oh nein, nein, nicht hier. Es war nach der Brücke. Katte. Ja. Hast du Julian ermorden? Oh ja. Darf ich auch mitmachen? Ich hab einen Pfannenwänder. Ich fühl mich so ausgeschlossen. Ich hab einen Pfannenwänder und einen... Das hat nicht funktioniert, sorry. Pfannenwänder, Pfannenwänder, Steuer und Backball auf, Setzer. Hier ist es, wir sind da. Nur leider weiß ich nicht wo parken, deshalb park ich einfach da so. Yay, Schwimmbad. Yay, Schwimmbad. Yay, okay wir sind da. Oh, da ist, da ist ein... Da ist eine Bande. Alter. Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott, er ist so sexy. Ich, ich glaub, ich glaub so... Das ist der Bademeister. Hallo Bademeister. Oder... Hallo Bademeister. Guck dir mal diese Brust an, Tracy. Wir haben vor, einen Tag hier bei ihnen ein Schwimmbad zu verbringen. Deshalb hier Manni und so. Alter, der hat richtig geile Haare hier hinten. Guck mal. Das ist so ein richtiger Zopf. Guck mal nochmal auf den Boden bitte. Du musst besser gucken. Digga, der ist ja richtig... Da hat er ja richtig, richtig viel Haargel reingestylt. Der ist ja richtig, der ist ja so steif wie... Kommt, lasst du... Achso, ihr seid schon umgezogen. Ich muss noch umziehen. Oh mein Gott. Was ist denn? Ein Penner, den wir noch nie gesehen haben. Ich hab den noch nie gesehen. Ihr habt den schon gesehen. Ich hab ihn noch nie gesehen, weil... Woher meinst du das? Weil ich war da ja nicht... Der Penner. Welcher Penner meinst du? Ich war da ja nie. Oh. Der Penner. Ach nee. Nicht der schon wieder. Hallo Penner. Ähm... Was macht der hier? Dusch... Dusch der hier? Hallo Penner? Das Wasser ist hier, ist gratis. Du hast vergessen meine Dusche anzuschalten. So, wissen sie, dass das Wasser überhaupt grad nicht läuft? Ich helfe ihn. Ich helfe ihn. Okay, irgendwie... Irgendwie das ist... Das ist sehr... Sehr... Aufmerksam... Von ihm... Dass... Dass er... Dass er versucht seinen Gestank wegzuschrubben. Weitermachen. Jedenfalls... Leute, ich muss mich noch umziehen gehen. Ich... Ich hab... Ich hab nämlich noch meinen Anzug hier. Lalalala... Umziehen, umziehen. Ein bisschen... Ja, obwohl... Zuerst umziehen. Ein paar Sekunden später. Ich hab mich umgezogen. Oh... Nein. Immer noch nicht. Okay, warte. Ich glaub ich... Oh... Ich hab mich umgezogen. Ich... Ich... Ich seh hübsch aus. Ich hab einen richtig durchtrainierten Körper. Aber es muss natürlich auch sein, dass... Ich mich noch mal abdusche vor... Bevor ich schwimmen gehe. Das reicht. Katze! Zack. Versteck dich! Kaul. Katze. Macht das Ding aus, das nervt. Wo seid ihr? Der Barmeister... Julian... Hilf mir! Alina! Alles gut. Aua! Leute, der Barmeister hat mich umgebracht. Es ist echt nicht cool, dass ihr euch jetzt so versteckt habt. Es ist echt nicht cool. Ich find euch nicht. Ich fühl mich echt alleingelassen. Katze. Paul. Wo seid ihr? Der Barmeister kommt! Da war ich ganz... Oh. Oh. Ich wusste gar nicht, dass sie innerhalb dieser... 5 Minuten so baff geworden sind? thực gar nicht. Ich hab mich nur umgezogen! Wollen Sie einen vierten Amberberg? Wollen Sie einen vierten Amberberg? Da war ich noch eine Amberberg? Ich hab sogar noch mehr Lamborghini. ует... chord.. Katharine! Was hast du überhaupt mit den Schwanz? Das... Oh! Der ist massive! Das es... Herr, Bademeister, hat sich angezogen. Herr, Bademeister... Wollen Sie noch einen Amberberg? Okay, ich lass mir jetzt den Tag nicht vermissen. Ich spring jetzt da hoch. Ich hab jetzt ein bisschen, ich spring jetzt ein bisschen hier. Da hat jemand in den Pool gekackt. Wah, es war Elan. Elan hat in den Pool gekackert. Leute, Leute, seid ihr bereit? Paul, nein, ich mach das nicht. Das Wasser ist ganz flach. Guck dir das an. Das ist nur ein Block tief. Wenn du da runter springst, dann brichst du dir fünf Knochen. Oh Gott, Paul, entspannt. Entspannt, entspannt, entspannt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, geht's dir gut? Scheiße, Paul. Ähm, Bademeister, Bademeister, hier ertrinkt jemand. Bademeister, was machen sie da? Keine Burger am Firmbad, sonst werdet ihr gebammt. Ich treffe nicht mit der Knochen. Bademeister, da ertrinkt jemand. Bademeister, bitte, F-Zions, Bademeister. Und ein Bademeister, es ertrinken jetzt zwei Leute. Bademeister, hören sie auf zu schreiben. Macht sie ihren Job oder so. Vergessen sie mal den Bacon. Helfen sie den Leuten. Machen sie ihren Job, Alter. Bro, die hat's regnet, da gerade siehst du das nicht. Oha, sie haben mich gerettet, Herr Bademeister. Herr Bademeister. Paul, wie konnte es überhaupt übertrinken? Du hast Schwimmflügel an. Wir haben vergessen, seine Schwimmflügel aufzubasen. Julian, ich hab Schwimmflügel an. Ja. Soll ich sie aufblasen? Die gehen irgendwie nicht aufzupusten. Probier noch weiter. Keine Hotdogs im Schwimmbad. Probier weiter. Probier einfach weiter. Okay, Entschuldigung. Oh, Juli, ich glaub, sonst hier ist es nicht. Das war ganz klar. Der Entschuldigung, ich nehm. Warte, warte. Warte, warte. Ein zweites Mal auch noch. Ein drittes Mal, komm, genau noch. Ah, das ist zu viel. Das ist zu viel. Kata, ich glaub, wir haben ein bisschen zu viel aufgeblasen. Kann das sein? Ich glaube, der will nicht, dass wir so hoch gehen. Kein Essen sonst, der Turm. Ich weiß nicht, stech sie auf oder so. Ich stech ihn. Paul, mach Bauchklatscher. Herr Bademeister, trinkt jemand. Herr trinkt jemand. Bitte auf sie. Kein Fliegen im Schwimmbad. Paul, es hat nicht so ganz funktioniert. Sollen wir ins Babybecken lieber gehen? Komm, wir gehen jetzt lieber ins Babybecken. Zu Bobo. Bo, 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 bo. Lass, lass es mir Bobo gehen. Nehm meine Spatula, bo, bo. Also, das ist ein richtiger Whirlpool hier. Guck mal. Was fehlt er von uns? Nun, dann guck mal da drüben. Guck mal da drüben. Guck mal da drüben. Paul, was hast du mit Bobo gemacht? Was ist Bobo mit vor? Entschuldigen Sie. Schön entspannt. Ich glaube, Bobo gefällt es. Der Bademeister sagt, wir sollen nicht alle belästigen. Wir belästigen nicht. Sie belästigen uns. Geh mal weg hier. Eben, Herr Bademeister. Hallo, Birgit. Was sprichst du? Schöner Punkt. Hallo. Herr Bademeister, der Ferdi ist ein bisschen komisch. Ferdi? Ferdi, was ist denn jetzt los? Ferdi, hallo? Alter, was ist denn das für ein Alter? Der hat ja noch nicht mal Wahlkleider an. Ja gut, Bobo auch nicht. Aber ich glaube, Bobo, das ist so ein Ding. Das ist so ein Anzugduscher. Ferdi, hallo? Hier seid wir zu laut. Ähm, Ferdi? Ganz ruhig. Wehe, ihr spritzt mich mit dem Wasser voll. Was soll das heißen? Wehe, ihr spritzt mich mit dem Wasser voll. Sie sind doch selber im Wasser. Paul, Julian, Paul, Julian. Was denn? Nicht sterben im Schub. Ähm, äh, böse Paul, böse, böse. Du hast mich umgebracht. Das ist kein Excuses, Paul. Ich gehe jetzt vom Sprungbett springen und da kannst du mich nicht hier gegen... Ah! Paul, nicht sterben im Schwimmbad. Boah. Oh, guck mal. Da ist das. Julian, Julian. Das ist ein Ding. Julian, Julian, Paul, schaut euch mal in den Katschort. Ich mach jetzt einen Fett. Auch Tertil. Ah, die Katharina hat... Alter, Katharina, richtig gut gemacht. Oh nein, du ertrinkst. Kann das sein? Ähm, Katharina, ich komme auf deine Höhe. Warte, Katharina, alles gut? Ich helfe dir hoch. Zack, komm hoch. Komm hoch. Hoppala. Warst du so low? Ey, ich sag's dir, an allem ist Elan schuld. Elan, was soll'n das? Elan? Scheiß, Elan. Ich hab ein Auge auf dich. Elan, ich glaub, das ist ein ganz spritziger. Elan, mach uns keine Probleme, Elan, okay? Elan, mach uns keine Probleme, Mann. Herr Bademeister, können Sie uns mal bitte in Ruhe baden lassen? Entschuldigen Sie, das ist unser... Also, das ist nicht unser Schwimmbad, aber trotzdem. Können Sie mal bitte weggehen. Wir wollen einen schönen Familientag haben. Elan wird gebannt. Hast du das gehört, Elan? Du wirst gebannt. Der Bademeister bannt dich. Dumme Elan. Scheiße, Elan. Knall ihn mal ab. Gib ihm mal so eine Respektstelle. Es juckt ihn einfach nicht. Der Baden hat ihn einfach nicht. Bacon, 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 Bacon. Elan ist unsterblich. Paul, nicht sterben im Schwimmbad. Nicht sterben, sonst hüttert uns. Ich muss jetzt erstmal meine Bahnen fahren. Meine obligatorischen Bahnen. Okay, Lul, Herr. Ich mach dich jetzt zählen. Bist du bereit? Paul, Paul, Paul. Mach mir ein Wettschwimmen. Mach mal... Obwohl... Ja, okay, okay. Nein, du bist... Eigentlich... Nee, du bist zu klein für das Schwimmbäcken. Setz dich auf die Bank. Ey. Setz dich auf die Bank. Komm her. Komm zu mir. Paul. Nee. Paul, komm zu mir. Nee. Paul. Nee. Paul. Ich flirte dich gleich an. Ich hab dich angeflirtet. Ja. Was hast du davon? Jetzt setz dich auf die Bank. Ich hab total... Gar nicht so klein. Wir sind Lügner. Jetzt lass uns ein Wettschwimmen rennen, okay? Wer... Wer gewinnt, kriegt... Was... Was kriegt der Gewinner? Was kriegt der Gewinner? Der Gewinner kriegt eine Kugel in den Kopf. Der Gewinner bekommt Ruhm und Ehre. Und dieses Schwimmbad. Ich glaub, das ist okay für den Badermeister, oder? Alter. Alter. Alter, die flirten ja richtig. Da geht's zur Sache. Seht ihr das? Oh Gott. Kata, jetzt sprühen. Komm ins Wasser. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Und Kata ist mit großer... Oh mein Gott. Lula. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Kata verliert. Boom. Ich... Mir gehört das Schwimmbad. Ja. Und ich springe jetzt vom 15 Meter breit. Das sind keine 15 Meter. Aber es ist mega... Ich bin nicht wirklich gesprungen. Ich muss nochmal springen. Okay, okay, okay. Guckt mir zu. Guckt mir zu. Ich mach jetzt einen Double 360 Salto. Mit zweifacher Vorwärtsrolle. Und dreifacher Schraube. Drei, zwei, eins. Let's go. Okay, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Es war ein bisschen zu viel versprochen. Ich geb's zu. Und ganz ehrlich, ähm... Ich hätt's hier hingekriegt, aber Elan ist hier. Elan hat mich abgelenkt. Elan, Elan hat... Elan. Elan hat mich abgelenkt. Elan, warum bist du überhaupt hier? Warum kannst du auch hier? Ich muss dem Wademeister jetzt von Mann zu Mann ein Gespräch führen. Alter! Paul! Du bist in die Bibothek gekommen. Ich hab mich... Er war der Wademeister. Er war der Wademeister. Das ist ein Moment, Cutter. So. Jetzt müssen wir von Mann zu Mann reden. Das ist der Wademeister. Äh, 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 äh. Paul? Paul? Auf den 10 Meter, Tom? Auf den... Niii, Niii, Niii. Ah, 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 ah. Ähm, ähm, äh. Wademeister, Wademeister, Wademeister. Entschuldigung, Wademeister. Lol. Paul nicht sterben im Schwimmbad. Mann, 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 ey. Aua. Jetzt geht's hier aber zur Sache. Jetzt ist das unser Schwimmbad. Ja, wir können damit machen, was wir wollen. Nein, lass uns Burger braten gehen. Ist hier was drin? Oha, hier ist sogar was drin. Habt ihr Lust auf gebratenes Schweinefleisch? Julian! Nein, kein Bacon. Julian! Was denn? Da. Jetzt gräben wir. Der Wademeister schreibt gerade was auf. Ihr seid jetzt verbannt. Ich glaube, ich muss zuerst die Kohle reinmachen. Ah ja, Tatsache. Julian kann es auch um zu kochen? Wieso, wieso denn? Weil er will gerade ein emotionales Gespräch mit uns führen. Raus! Geh du raus. Ich habe das Rennen gewonnen. Stimmt. Deshalb gehört mir das Schwimmbad. Also verpiss dich hier. Wie mache ich das an? Oh. Alter, ich bin ein richtiger Profi-Chef-Koch. Oi. Oi. Wollen Sie auch ein Fleischstickchen? Wir haben auch Cocktail-Soße da. Wollen Sie nicht? Wie viele Schiller? Ich schreibe mir in der Zwischenzeit. Keine Hotdogs und Waffen. Raus. Nicht der Mensch. Raus. Belästigt. Ey, die Fleischstickchen sind fertig. Wer mag was? Ich mag ein. Nehmen Sie sich auch eins. Raus, raus, raus. Ich glaube, der will, dass wir rausgehen. Aber warum denn? Wir haben noch nichts angestellt. Schreibt er jetzt. Ihr Harlunken. Hat er nicht gesagt. Es gibt jetzt eine Backpfeife mit meiner Ranch. Raus aus meinem Schwimmbad. Raus aus meinem Schwimmbad. Verschwinden Sie. Ey, raus aus meinem Schwimmbad. Das ist mein Schwimmbad jetzt. Ja. Ja. Nicht sterben im Schwimmbad. Entschuldigen Sie. Ey, nicht sterben im Schwimmbad. Sie haben Ihre eigenen Regeln gebrochen. Ich glaube, jetzt sind Sie derjenige, der gehen muss. Sie haben Ihre eigenen Regeln gebrochen. Sie sind gestorben. Jetzt müssen Sie da... Entschuldigen Sie bitte. Ich sage es ja nur ungern. Aber ich glaube, wir sind diejenigen, die gehen müssen. Julian, lass abhauen. Ich habe Angst vor dem. Das ist gemein. Sie sehen unser Geld nie wieder. Okay, wir gehen jetzt. Kommt mit. Jetzt schalte ich die Dusche aus. Er hat Kata ungebrannt. Er schreibt gerade. Das ist die Gelegenheit. Ja. Yeah. Okay, jetzt müssen wir wegfällen. Okay, wir müssen weg. Wir müssen weg. Kata, komm. Kata. Er ist da. Er ist wieder da. Oh, oh. Hat irgendjemand eine Waffe? Ich habe selber eine Waffe. Guck mal. Ich habe eine Waffe. Achtung, Achtung, Achtung. Ins Auto. Ey, ihr habt mich vergessen. Halt for real. Ihr habt mich vergessen. For realsies. Ich bin drin. Er macht uns gleich Bombo glattieren. Ich würde sagen, dass wir... Schöner Schwimmausflug. Ja, ein schöner Tag auf dem Schwimmbad. Würde ich auch sagen. Sollten wir wiederholen. Das Auto sieht auch noch sehr schön aus und so. War kurz. Ich bin... Ja. War gerade der Bad... Der Bademeister ist da und der kann irgendwie fliegen. Bro. Bro. Unser Auto. Oh, er schreibt wieder. Ist das auch in ihr Gold? Zweis. Zwei. Ist das auch ihr Golfplatz oder was? Null. Null. Ach, Mann, oh. Mi Bombo glatt. Gut, und so endet mal wieder eine weitere erfolgreiche Folge mit unseren Lieblingscharakteren. Epilogue. Hallo. 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 Warum ist er nackt? Wir waren im Schwimmbad. Du bist gerade im falschen Moment reingekommen. Ich habe mich nicht mitgenommen. Oh, nö. I guess wir haben dich vergessen. Du bist sehr grün und vergessable, Benny. Ja, du bist echt sehr grün. Sehr grün hinter den Ohren. Du bist, Benny, du bist sehr grün hinter dem Fuß. Benny. Habt ihr mein neues Bett gesehen mit meinem Idol, Walter? Wum, wum. Damn, damn. Okay, ich muss mal kurz in Creative wechseln. Wer hat unser, wer hat unser, wo ist unser Wagen? Julian. Lightning Mc... Zane! Zane! Oh mein Gott, ich glaube, ich muss... Blatter, Blatter. Kein Walter. Warum kein Walter? Der Bademeister ist da. Ist das auch ihre Wohnung? Seine Augen sind so geheimnisvoll. Ich weiß. Er weiß einfach, er weiß alles einfach. Können Sie aufhören, meine Decke zu ruinieren? Bademeister, möchten Sie auch noch kommen? Passen Sie überhaupt rein? Alter. Junge, Junge. Ein paar Sekunden später. Okay, Digger, was ist denn jetzt los? Wir haben den Bademeister zu heiß geduscht. Oh nein, er ist eingegangen. Oh, der Booty-Doh. Der Booty-Doh.